Ich hoffe, dass mir die Prisma-Technologie hier weiterhilft. Einheit bereit. Dass das etwas effizienter ist, als wenn ich mit den... mit meinen dicken Panzern arbeite. Produktion läuft. Produzier mal 10 Stück nach. Einheit bereit. Motoren arbeiten. Einheit berichtet. Schnell und leicht. Weil die ja doch ein bisschen weiter schießen. Weil die ist schon der Erste. Ein einziger Schuss. Krass, ne? Ich will gar nicht wissen, wenn du das auf richtig schwer spielst. Dann hat der wahrscheinlich übermenschliche Kräfte. Einheit bereit. Einheit bereit. Schnell und leicht. Los geht's. Einheit bereit. Einheit bereit. Tron unterwegs, Sir. Also ich sag mal so, durchs Dunkle mit den Dingern ist es wesentlich einfacher. Und gut, das ist nicht so gut. Zurück zu hoch. Einheit bereit, gestoppt, abgebrochen, Produktion läuft, Einheit verloren, Einheit bereit. Position wird gesichert. So. Schiff meldet sich. Aber ist ja nicht so schlimm, dann können wir die Dinger ja schon mal hinbauen. Einheit bereit. Schiff bereit. Navigiere. Schiff meldet sich. Motoren arbeiten. Schiff bereit. Käpt'n bestätigt. Warte auf Einheit bereit. Bereit genossen. Bereit genossen. Bereit genossen. Komm noch ein. Einheit bereit. Fahrzeug berichtet. Auf geht's. Ich glaube ich mach folgendes. Ich glaube ich mach folgendes. Ja für. Einheit überlichte. Los geht's. Auf geht's. Hervorragend. Bereit genossen. Position bestätigt. Position bestätigt. Bereit genossen. Position wird geändert. Seite. TAPO questi zu empfangen. Beide auf Wind manter. Boote ski zu orphans. Ja, das ist der Nachteil. Prussel, pack die doch direkt in der Waffe. Das ist doch das Beste, was man machen kann. Und alles nur wegen diesem einen kleinen, verkackten... So. Sehr gut. Sehr schlecht. Jetzt nehmen wir ihn auseinander. Ich glaube, das war der letzte Prismaturm. Oder wenn, dann ist jetzt auf jeden Fall nur noch Einzelprisma. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. So. Von hier kommt auch nichts mehr. Alles klar. So. Ihr seid Nummer 7, ne? Fahrt ihr mal bitte hier hin. Lass euch aber nicht von irgendjemandem anrempeln, ne? Fahrzeug berichtet. Fahrzeug berichtet. Ihr fahrt bitte mal hier rüber. Position wird geändert. Warte auf Order. Einheit berichtet. Fahrzeug berichtet. Fahrzeug berichtet. Jetzt habe ich die am Bein, ne? Position wird geändert. Warte auf Order. Auf geht's. Ihr kriegt das hin oder versenkt ihr euch gegenseitig? Ich höre. Wir sind schon ein paar Minuten dran, ne? Wir müssen mal so langsam hier fertig werden. Kurs gesetzt. Motoren arbeiten. Warte auf Order. Schiff meldet sich. Navigieren. Fahrzeug bereit. Schon unterwegs, Sir. Einheit berichtet. Los geht's. Wohin, Commander? Schon unterwegs, Sir. Position wird gesichert. Fahrzeug bereit. Los geht's. Wohin, Commander? Schon unterwegs, Sir. Fehlt noch einer, ne? Einheit berichtet. Los geht's. Sind sogar zwei zu viel. Alles klar. Produktion läuft. Produktion läuft. Von dem Spaß gönnen wir uns. Fahrzeug berichtet. Ich höre. Schiff bereit. Navigieren. Schiff meldet sich. Motoren arbeiten. Schiff bereit. Navigieren. Einheit bereit. Sechs. Ich höre. Käpt'n bestätigt. Ist schön. Fahr einfach hier durch alles durch. Du bist überhaupt nicht im Weg. Idiot. Einheit bereit. Du könntest auch bei LittleBig Workshop mitmachen. Doch, Workshop. Genau. Position wird gesichert. Wohin, Commander? Los geht's. Ich höre. So. Nummer. Acht. Mach ich dich ne? Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Ich höre. Käpt'n bestätigt. So. Alles klar. Dann haben wir's soweit. Ähm. Dann fahren die schon mal in Position. Sommer. 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 Oder Sommer nicht. Weil jetzt wird's an allen Feldern wieder kritisch. Ach. Warten wir mal eben noch, bis die... Schiff meldet sich. Tesla-Fahrzeuge auf dem richtigen Weg sind. Navigiere. Ich meine, wenn die schon mal unterwegs sind, ist ja alles klar. Hier hinten hat sich alles, äh, gesammelt. Gut. Okay. Dann, äh, fangen wir mal an. Neues Gebiet entdeckt. Aha, da ist sie. Die Wetterkontrollstation. Unseren Angaben zufolge ist sie noch nicht in Betrieb. Verstören Sie sie. Ja, ja. Würde ich euch gerne. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Ich höre. Navigiere. Schiff bereit. Kurs gesetzt. So, Platz da. Ich höre. Kistbeier ist hier gesichtet. Einheit befördert. Einheit verloren. Wieso? Welche? Hier dürfte ja nicht viel passieren, oder? Warum sammelst du eigentlich nicht? Einheit verfahren. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Und, ja. Das ist natürlich eine schöne Aufklärungstechnik. Geil. Ach verdammt! Schiff bereit! Motoren arbeiten! Wollen wir mal eben so ein Ding herstellen? Produktion läuft! Eintreffende Nachrichten! Was denn? Ja, der Gewittersturm geht los, ich weiß. Hm? Genosse General, die Waffe wird scharf gemacht und wir sind gefährlich, Nathan. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja! Außer der Tittenfisch ist fertig. Könnte ich jetzt mal bitte mal eine Übersicht hier haben? Ich bräuchte mal wieder... Einheit verloren! Ja, schön. Seht ihr? Hier unten... Einheit befördert! Reparatur läuft! Reparatur läuft! Genosse! Einheit befördert! Einheit verloren! Produktion! Produktion läuft! Schiff bereit! Na gut, also es wird nichts mit dem... mit dem... mit den... mit den Raketen... das wird nichts... Feuer! Produktion abgeschlossen! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit befördert! Neue Bauoptionen! Fahrt doch weiter, bitte! Fahrt weiter, 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 weiter! Einheit verloren! Also das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, hier zu landen. Einheit befördert! Unsere Basis steht unter Beschuss! Was? Warum das denn? Hör doch mal auf damit! Reparatur läuft! Bereit gemacht! Fein gesichtet! Fein gesichtet! Fein gesichtet! Fein gesichtet! Fein gesichtet! Ja! Ja! Angriff! Angriff! Schiff meldet sich! Captain bestätigt! Captain bestätigt! Warte auf Orte! Fein gesichtet! Auf geht's! Einheit verloren! Wenn man natürlich... Wenn man natürlich... eine schöne Aufklärung hätte... Eine schöne Aufklärung hätte... Einheit befördert! Position wird geändert! Position bestätigt! Position bestätigt! Dann könnte man hier natürlich schön mit den... ähm... Raketen draufwerfen, ne? Fein gesichtet! Fein gesichtet! Angriff! Einheit befördert! Wir machen sie festig! Fein gesichtet! Vielleicht krieg seine Energie nicht ausgeschaltet! So! Angriff! Ich höre! Einheit verloren! Ja! Fein gesichtet! Position wird geändert! Einheit verloren! Wo verlieren wir denn immer Einheiten? Position wird geändert! Einheit verloren! Na gut, die habe ich jetzt verstanden, aber... Äh... Warte auf Orte! Ich höre! Ich höre! Kurs gesetzt! Ich höre! Das ist nicht immer der Nachteil, wenn du dann diese Gerätschaften auch noch... Fahrzeug wenigstens! Auseinanderziehen muss! Einheit verloren! Wo denn? Wo verlieren wir denn Einheiten? Ach so! Schiff meldet mich! Diese Kackdelfine! Fein gesichtet! Warte auf Orte! Warte auf Orte! Angriff! Einsheit gegeben! Angriff! Einheit befördert! Ich komme nicht dran! Schwäge gesichtet! Einsheit gegeben! Einheit gegeben! Angriff! Und dann! Ehreifft befördert! Gemini gesichtet! Wir sagen die Fest Ich kann den Gewittersturm, glaube ich, nicht auffalten. Schade. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Mal gucken, wo der jetzt einflägt. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit befördert. So, jetzt nehmen wir den mal schön auseinander hier, seht ihr? Jetzt hat er nämlich keinen Strom mehr. Einheit befördert. Achtung, also das ist mit einer der schönsten Panzer, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist so ein geiles Ding. Vor allem, wenn ihr dann wirklich durchbefördert wirst, dann ist das eine so mächtige Waffe. Achtung, also das ist mit einer der schönsten Panzer, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, mein Freund. Ich wollte nur nochmal gesagt haben, so geht es. Einheit befördert. Einheit befördert. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Ich höre. Schiff bereit. Schiff meldet sich. Heftem bestätigt. Kapitän bestätigt. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Zielgesicht. Schiff bereit. Ich höre. Schiff bereit. Schiff bereit. So, dann haben die wenigstens auch nochmal ein Erfolgserlebnis. Hier ist alles gut, ne? Wir fahren schon mal weg. Und jetzt können wir... Wo hat er mir denn alles zerstört? Hier sieht es doch mal ganz gut aus, ne? Wo hat er denn reingeschossen? Ach, hier unten schon wieder. Ja, gut. Das ist nicht so schlimm. Gut. Alles vernichtet. Das heißt, wir werden jetzt natürlich schön mit der Atombombe draufschlagen. Und die Mission damit beenden. Ungefähr eine Stunde zehn. Oh, das geht. In dieser Mission ist tatsächlich, glaube ich, die mit Abstand längste, ne? Wo wir hier alles... Einsatz erfolgreich. Yes. Oh, bast. Ja, ja. So ist es. Also, ne Stunde 45 ist die durchschnittliche Zeit geplant. Und wir haben 1,11 gebraucht. Und uns natürlich auch viel Zeit gelassen. Schöne Mission. Also, die gehört zu denen, wo du richtig viele, ich sag mal, Abläufe, die du behalten musst. Wie geht's, wo geht's hin und so weiter. Also, insofern, ne schöne Mission. Kann ich nur empfehlen. Spielt die mal. Macht echt Spaß. Gut. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 in der Mission der Sowjets. Oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf diesem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.